Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde von Automation The Car Company Tichen Game hier aus T-Game Studio. Mein Name ist Master Schröder und heute wollen wir uns mal kümmern um eine Herausforderung, die mal nicht nur oben als Tutorial bezeichnet ist, sondern wir machen heute mal das Wirtschaftswunder. Es ist bereits sechs Jahre nach Ende des Weltkrieges vergangen. Deutschland erholt sich und wird erneut aufgebaut, genau wie ihre Fabrik, welche zur Waffenproduktion gezwungen wurde und während des Krieges schwer beschädigt ist. Sie brachte sie an den Rand des Bankrotts, aber in einem lichten Moment haben sie eine verblüffende Idee, ein Auto zu bauen, das sich jeder leisten kann. Das Volksauto oder Völkerauto, hoppala, eieiei, das ist aber auch ein belasteter Name. Während die Ingenieuren mit dem Design der Karosserie beschäftigt sind, erdenken sie über einen robusten, leistungsstarken, schnellzubauenden, günstigen Motor, für das Volkto, der im Volkto benutzt werden kann. Volkto. 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 Na ja gut, okay. Alles klar. Was auch immer. Das heißt, wir brauchen einen Motor, der einen Leistungsindex höher als 30 hat, zuverlässig höher als 23, ein Verbrauch besser als 9, Materialkosten weniger als 800 Dollar, Baudauer geringer als 22 Stunden, Entwicklungsset normal, normal verbleibt. Gut. Ich denke mal, wir werden für unser Volkto oder Volkto Auto einen Vierzylinder-Motor nehmen. Reihe Vierzylinder aus Gußeisen natürlich. Das Ganze wird ein... Ja, wie machen wir das? Machen wir ruhig fast gleichmäßig. Wir machen mal einen 1,0 Liter Motor. Was klein ist, leistungsendex größer als 30 und der Preis soll ja gering sein, deswegen machen wir mal einen kleinen. So, machen wir 70er Bohrung. Und ein 70er Hub. Ist das recht gleichmäßig. Und dann kommen wir bei 1076, 78... Ja, das ist... Das ist okay. Das können wir mal machen. Ähm... Das Ganze, ähm... Oh, direkt an der OHC. Oben liegende Nockenwelle. Zwei Ventile. Gusseisen. Nein. So. Das kann man ja erstmal so schon mal festhalten. Festhalten. Was ist das hier? 30,2. Zeck mal noch grunden, hohen Dynamen. Fangen wir zu. Aha. Okay. So. Äh... Standard. Ähm... Ähm... Was hat... Normalverbleib. Sollte man nehmen, ne? Das lassen wir auch erstmal alles hier. Dann machen wir den einfachen Guss, einen Krümmer, nichts. Äh... Im Vorschaltdämpfer machen wir mal Absorption und Endschaltdämpfer auch. So. Und dann sehen wir, da haben wir ordentlich klopfenden Motor. Äh... Wir haben kaum Leistung dadurch. Wir haben eine ganz schlechte Kraftstoffeffizienz. Ähm... Sind aber mit dem Preis recht niedrig. Und hier, also hier unten sind wir schon mal gut. Gut. Äh... Ja. Den Test wird natürlich nicht bestehen. Gut. Dann müssen wir jetzt mal gucken, wie wir das hinkriegen, dass wir das Klopfen aus dem Motor rausbekommen würden. Wollen wir hier vorne eigentlich erstmal gar nicht anfangen. Ne? Das ist alles. Das geht alles. Wunderbar. Dazu kann man natürlich jetzt das Nockenbein-Profil ein bisschen verschieben in Richtung sportlicher. Na? Uiuiui. Da würde man das Klopfen noch rauskriegen. Eieiei. Na gut. Aber das wollen wir ja gar nicht. Und dann müssen wir mal gucken. Dann könnten wir noch... Ne? Kraftstoffgemisch. Können wir natürlich noch wesentlich fetter gestalten. Das ist klar. Okay. Gut. Dann sind wir doch schon mal... Was ist denn jetzt los? Was ist denn jetzt kaputt? Kriegt da keine Luft mehr? Oder... Der Motor kann aufgrund des fetten Kraftstoffgemültes nicht starten. Versuchen sie es mit dem anderen... Ist es zu fett? Wieso ist das zu fett? Eieiei. Kann ich die Doppelvergaser einbauen? Und sind Zeitpunkte noch ein bisschen verschieben. Zu spät würde ich noch nicht machen. Drehzeit können wir noch ein bisschen hochziehen. Das bringt mir auch nix. Soll ich die Verdichtung noch ein bisschen runternehmen würde ich sagen? So, dann sind wir doch schon mal im Silberbereich. Gut. Im Silberbereich sind wir. Wir sind... Vom Preis her sind wir richtig gut. Also da muss man ja sagen, da haben wir uns ja richtig gut beschlagen. Ähm... Ich würde sagen, wir machen noch ein bisschen mehr Hubraum da rein. Dadurch steigt zwar der Preis, aber wir sind ein bisschen... Machen wir mal ein 72er Bohrung. So. Obwohl das gar nicht so gut ist. Vom Punkten her sind wir nach unten gewandert. Naja gut. So, was haben wir denn hier noch Schönes? Das würde dann... Ventilflattern führen. Das wäre wieder gut, aber da sind wir dann natürlich mit den... Alles klar. Da über... Drüber weg. So. Ventilflattern und Klopfen haben wir wieder drin. Okay. Ein bisschen. Ähm... Dann können wir hier noch ein bisschen in die Richtung. Ja. So. Die Ventilflattern raus. Das klopft nochmal auch raus. Aber eben keine Punktzahl mehr, weil unsere Kraftstoffeffizienz... Wieso ist die denn so schlecht jetzt? Geht? Kommt. Hä? Was haben wir denn da gemacht? aha okay die verdichtung macht den kraft effizienter das hat lieber ich für die gerüchte okay was ist hätte ich jetzt auch nicht gedacht dass das unseren das hier zum eventil flattern haben und der abgas krümmer ist noch nicht so ganz da können ein paar punkte holen immer zu teuer so das geht noch dann kann man hier ein bisschen den ausruf noch vergrößern das würde ok gut auf lautstärke legen sie keinen wert aber wo können wir denn hier jetzt sind noch ein bisschen was nahe holen punkte technisch hier können die drehzahl ein bisschen runter nehmen okay das würde die zuverlässigkeit steigern ok im zeitpunkt mal gucken und muss klopfen wieder kriegen kriegen was klopfen wieder 30 punkte hätte ich aber ganz gerne wirklich noch da müssen wir mal gucken wir haben einen kompakten motor kann ich da am wenn ich am hub drehe da kann ich noch drehen ok das bringt uns auf jeden fall ein paar punkte jetzt sind wir schon bei 1200 liter weil die kosten können wir dann noch ruhig in die höhe treiben das hilft nicht das hilft das eigentlich nicht ok längere hub ist ok das pleuel wird jetzt bei 6000 und drehungen irgendwann muss ja das gibt ja das pleuel nach denn wenn man dann wo dann ruhig jetzt wenn man schlechter 81 82 82 82 so ok lassen sind jetzt ganz schön gestiegen und jetzt kriegen wir hin jetzt sind vor 60 18 ein 14 ja ok gut das lässt sich machen so 5800 umdrehungen haben wir ja auch nicht zugelassen dann könnt ihr jetzt natürlich opsala das ist das pleuel erstmal gar nicht durch ok gut kann ich jetzt hier vielleicht bei der verdichtung da komme ich absolut nicht weiter noch mal ein profil da ist da auch schluss ok das haben wir noch nicht jetzt könnte man theoretisch mal hier gucken dass wir noch ein paar punkte haben wir noch ein paar punkte gebraucht wie weit müssen wir denn noch bis da sind drei punkte noch da reingehenden ne wenn ich die qualität hochsetze oh hier haben wir die qualität durchsetzen ok haben wir sogar hier einen punkt gewonnen warte mal das können wir mal gucken ob wir das mal anders auch gekriegen äh ne ah wir müssen noch einen punkt irgendwo gewinnen ne das wird alles denn zu teuer hier ne ein ausruf qualitativ ne hier wird auch noch zu teuer ok deflektion, absolution, nichts absolution, nichts, nichts, nichts ne ne ha waschen dünner hat ein paar punkte gebracht äh ja gut ok dann haben wir zumindest das auf gold gekriegt wir hören uns mal den motor an wie viel leistung haben wir denn naja 50 kW ist doch ok 100 newtonmeter knapp hm es ist interessant wie man das also welche herangehensweise man da vielleicht irgendwann mal noch wählen könnte der motor an sich sieht ja erstmal ganz niedlich aus testen wir das ganze mal da oben ist das gar nicht abgedeckt ne das ist gar nicht abgedeckt ok so dann gucken wir uns nochmal so sieht der motor in der art das sieht doch auch interessant aus lass das mal laufen hier so ein bisschen dann gucken wir uns das mal an hier auch ein schönes bild ne und das sieht wie das da drin funktioniert alles also den kann man so erstmal schon mal verkaufen den motor anscheinend aber wir haben nur gold 120 Kilo Emission ohne Ende na gut wir haben keinen Katalysator noch nicht ne gibt es nicht in dem Jahr hier wir sind 51 na guck mal hier gibt es auch verbleibende Tests so viel Tests kann man gar nicht machen ok der Motor läuft zu fit die muss alles beeinträchtigt ja wegen sein mageres Gemisch aber dann krieg ich doch gleich das klopfen wieder rein oder? ja dann kriegst du doch das klopfen rein na gut da können wir dann aber auch nicht mehr viel machen ne also wir könnten jetzt hier nochmal einmal den nach da bewegen und vielleicht eventuell hier einmal das Kraftstoffgemisch ohne klopfen ja da haben wir nochmal die 94 Punkte jetzt jetzt mal aber bringt dann Leistung nichts ne der Motor klopft dadurch ist die Leistung reduziert äh motor klopft sagt er jetzt ist nichts mehr an ok ok ja aber da noch jetzt fast 150 Punkte finden das wird schwer das wird ehrlich schwer gut also die finden wir jetzt erstmal noch nicht vielleicht eventuell wenn man das Spiel noch mal ein bisschen spielt dass wir hier noch mal rangehen und mal gucken wie man den hier in den Gold hinkriegt was man da so machen kann noch ähm wo wir uns vielleicht falsch entschieden haben vielleicht haben wir uns auch bei der Größe falsch entschieden vom Motor aber ich sag mal wir sollen jetzt hier keinen 18er Motor sonst noch irgendwas haben der denn zwar eine hohe Laufruhe hat aber dann naja doch der wird dann viel zu teuer ne das ist ja das der macht ja die Preise denkt hier direkt hier durch die Decke na gut wenn es euch gefallen hat könnt ihr gerne ein Like da lassen und ein Abo ich würde mich sehr darüber freuen wir haben es nur leider in Gold geschafft ja und wir werden uns mal gucken was wir denn beim nächsten Mal angehen ich denke wir werden dann wieder durch die Tutorials gehen oder vielleicht ich habe mal reingeguckt das Szenario ich weiß gar nicht wie das richtig funktioniert ähm ein irischer Rennmotor läuft hier mit Alkohol oder mit Whisky hm wir wissen es nicht gut wir sehen uns beim nächsten Mal bis dann tschüss bis dann bis dann bis dann bis dann bis dann Bis zum nächsten Mal.